Ich trete heute mit Chaie Nove. Chaie Nove hat ein Doktorat in Linguistik vom Graduate Center bei City College in New York und arbeitet heute via noch Doktoratforscher in der Kalifornien Universität Berkeley. Sie forscht Variation und Änderung in dem heutigen jüdischen Jüdisch wie euch in einem jüdischen und historischen Unterland in Mesachäuropa. Danke. Wenn Forscher reden von der jüdischen jüdischen, der linguistischen Konstellation, davon sei gewöhnlich maßbar sein, also wie uns immer gehört, Isaac früher maßbar sein. Als wir hier klar sind, werden jüdischen Jüdischen zwei Millionen gehörten. Sie sind die Chassidim, sie sind den sekulären oder jüdischen. In Allgemein werden die jüdischen in dem Kontext charakterisiert als der Sprachtier, und in Chassidim ist sie als Sprachredder. Der erste Teil von der Abschatzung ist der Wadda-Emmes. Wir wissen alle, wenn Sie das hören. Mein Ziel ist ein bisschen zu problematisieren der zweite Haschure. Manche Menschen meinen, dass wenn sie Sprachplanierung oder Aktivismus in einem breiten Sinn sind, sind die Chassidien alle mal passiv. Und wenn die Chassidien sich mit der Sprache oder die Nuanzen von der Sprache gehalten haben, dann haben sie die Nuanzen von der Sprache gehalten. Als Davka Davos war, wenn sie die Gleichgeltigkeit zu Jiddisch waren, haben sie zuerst gewonnen, ihre Aufzuhalten in einer tagtäglichen Sprache gehalten. Die Menschen haben die Sprache gehalten. Erstens haben sie in allen Chassidischen Stiebern gesprochen. Jiddisch wurde die Kinder aufgewacht und weitergehalten. Aber noch wichtig für sie ist, dass die Haschkuffe der Jiddisch in den Chassidien so geplant sind, dass sie die Sprache der Eltern aufgewacht werden. Aber das ist ein Teil des Chassidischen Lebens. Das ist ein Teil des Chassidischen Lebens. Aber das ist ein Teil des Chassidischen Lebens. In dem ersten Teil von meinem Referat will ich erklären, dass die Jiddisch nicht in den Chassidien gehalten hat, ohne Intervenz von Oiven, das heisst von der Chassidische Viererschaft. Die nüchelig Ausrechnerin redet die Hauptinitiativen, die am Tag aufgeraten haben über das Jiddisch bei Chassidem. Ich will wissen, wie diese Chassidische Vierer haben in den ersten Jahren, noch einmal gekommen, eine hergestellte ideologische und praktische Infrastruktur, die nicht nur den Religionen gebraucht werden, sondern auch Intervenz von Jiddisch in versichern an die Sprache, die sich bei den Kindern gehalten hat. Ich will sich konzentrieren auf drei Hauptinitiativen. Die erste ist die Statusplanierung, das heißt das Ausarbeiten und Verspreiten an der Schoffe, was Hypt Jiddisch, und stellt Sprache in das Zentrum von einer fremme Chassidische Identität. Die zweite ist die Formelle Genie, das heißt das Gründen, private Chassidische Moises für Kinder, das heißt, man soll lernen nur auf Jiddisch, oder man soll lernen beikern auf Jiddisch. Und die dritte ist die Verspreiten Schriftigkeit, das dritte jiddische Lein- und Lernmaterial in der Zeitung von der Ammonenamt. Jetzt lassen wir uns mit den Kassid, hier hat man in der Chassidische Stiebe nur die Jiddisch hat noch den Krieg. Die kurze End für die Ziebe ist Lauf-Dafke. Anders als in Polen ist der Matze von Jiddisch in der Ingerischen Stochum schon sehr schwach zwischen den Zweierweltmechanismus. Die Zensesdaten für jene Zeiten, wo sie nicht sehr akkurat kennen, können uns vorgeben auch mäßig wegen Sprachassimilation. In Polen haben in 1931 nur noch 80% Jiddisch als sehr marmelösischen Beis. in Ingeren haben schon in 21 Jahren früher schon 76% jenen geklärt in Ingerisch als seine Hauptsprache. Immerhin hat sich auch die orthodoxischen jenen ein bisschen besser gehalten, aber auch weil in Dike Hilles hauptsächlich in der Größe steht, speziell zwischen Frauen und Mädchen, zwischen Frauen und Mädchen, ist Ingerisch gewesen sehr angerissen. In seinem Vorwärtsartikel wegen chassidisch Jiddisch strahlt, lese Berkow unter die Ironie als Daffke bei den Ingerischen Jiedern hat sich, wo sie in der Heim nicht geredet haben, als auch viel Jiddisch, hat sich das Jiddisch der Meiste gehalten. Aber in 1956, wenn es vorgekommen ist, die Ingerische Revolution hat sich umgeschlossen in die chassidische Kehle in New York in den nahe umgekommenen Frauen und Kinder haben die Jiddisch nicht gekannt. Sie sind angekommen an nahe Qualien von Ingerisch redendigen Menschen in der Kehle. In Manneschmissen mit New Yorker Chassidern die Kinder von den Immigranten wo sie schon geboren wurden in New York hat sich dann herausgewiesen dass sie in ihren Jürgen sehr als auch Sprache im Dialekt gemischt. Ich weiß, es war ein paar Auszüge für meine Interviewen, aber ich kann nicht ganz hart sein aufzuleinen und ich kann nicht das Ziel aufstellen, es wird so hart sein zu leiden, es ist kennenzulernen. In der Masse sind sehr viele chassidische Kinder aufgewachsen mit jeder schrägenden Tate in inger schrägenden Mames. In nämndiger Betracht als in traditionelle chassidische Stieber werden die Kinder bei der Klau erzeugen unter der Aufsicht von den Mames ist schwer zu verstehen wie so die Kinder haben sich gelerende Sprache. Ich wollte auch viele gesagt, dass die Kinder von Jiddisch in die chassidische Frauen hat sich gewandt in die chassidische Frauen die die Hand nicht durchgestanden. Noch mehr, in die ersten New Yorker die ersten New Yorker geborenen Kinder haben auch gehört ein starker Reiz zu kennen Englisch. Ich habe mit Frauen wie sie mir alle gesagt haben. Englisch ist von seinen Kindern interessant. Er hat eine Sprache von seinen Eltern noch nicht gekannt. Alle wollten sie reden, und haben sie darüber gesprochen. zwischen sich sei leider Sache. Bekitzer, wenn Linguisten ... Ah, ah, ich hoffe, ich habe nicht gehört. Entschuldigt mich. Ich arbeite auf zwei Fronten. Bekitzer, wenn Linguisten wollten, was trage der Masse, was sprach in den 50er und 60er Jahren in die chassidische Kirche wollten, sei begegnet jüdisch-redende Männer, ein gemeinsames Englisch und jüdisch bei den Frauen, ein gemeinsames Englisch und ein bisschen Englisch bei den Kindern, die vermehrte englisch-redende Freunden nicht chassidische majorität, in eine enthantilisierende englisch-basierte Kultur, die es dringend als mehr an der heimischen Kirche. Das sind nicht die beste Umstände zu halten. Das ist etwas Praxis, was sich nicht weiterfiel. Über die Sprachdialoge zwischen religiöser Isso wurde verantwortlich dass die Sprachdialog nicht nach darüber durch kein W pattern mit Gott Viele in die Juden sind, die größte orthodoxische Gedeulung in New York, zum Beispiel Ravaren Kotler, Moshe Feinstein und Josef Bär Soloveitschik, gaben jüdisch Reiters von der Heimwuss am Seyrstaag Wolta Seyrtal mit dem Zohren Jüdisch. Wir können sehen, dass die Werte für Rav Soloveitschik, die noch fast bereit geworden sind in Fischmanns Buch »Never Say Die«, in dem du aufgeschrieben. Es ist klar, dass mit seiner Beziehung zu jüdisch die Litwischen, in der vielen Diasoygerie, von der Madeira in der Gedeulung, gedauert, wie man sagt, von einem selben Siddar wie der Chassidische Rebunen. Aber wie in Lekwut hat man den Geschmack der Litwischen Dialekt? Wie sehen die Jüdisch Reiters von zwischen Soloveitschiks noch Folgers? Es ist immer bekannt, dass in der noch mehrjährigen Periode, wie Isaac hat schon erwähnt, hat man in Amerika gemacht alle linken, zentristischen und viele mehr recht gestimmte Litwischen Mäusche, dass bislich was übergebetten die Sprache von den Lemiden von jüdisch zu Englisch oder der Writ. In dem Juni 1960 hat Rav Soloveitschik selbst belehnt bereit, um ungeheben Furt zu lernen in seiner Schirm in der Jeschiva-Universität auf Englisch statt auf jüdisch. Bekitzel, der Periode, was zeichnet auf der Ergste Gehrieden von jüdische Sprache in Amerika und in der ganzen Welt, ist dafka azeit von Sprache-Banaiung und Aufleibung in der Chassidische Welt. Und wie hat der Chilich? Der Chilich hat in dem, was die Chassidische Führer sind getein mit der Ergste Gehälde, und die Initiativen, überhaupt in Satmer, was am Intergenen von jüdisch-Saheim-Jüdisch, in der Stellung in den Zentrum für die Chassidische Identität. Wir sehen, dass die Ideologie und Praktik nicht wert ist. Der Kiempf jüdisch ist gewann nicht auf die Ausgabe jüdisch selbst, nur auf die Wege, wieso man das formuliert, verspreigt und auch gestützt mit anderen praktischen Unternehmungen. Eine wichtige Figur in diesem Gebiet für Sprache-Aufhaltung ist noch ein Körbe, wie man sagt, dass man hier in der Beoil-Teitelbaum ist, wo man sich in der Arbeit verarbeitet hat, wie man sich mit allen Gehörern auszuformen, die Dialogien und die Sprache-Banaiung hat. Sein Hauptziel ist, zu bekämpfen Hebräisch, wo er so ein Teil von seinem Kampf gegen Zionismus war. Aber er hat auch einen Einwegst artikuliert und verspreidt als Koffer gezielt zu seinen Nachfolger in Amerika, wo er eine Beklanisch gewann hinter den Reuschum von Hebräisch. In seinem Klassischen Cipher, bei Joel Moise, widme der Satmer ein ganzes Kapitel über den Indian vernetzten Hebräisch als der tagtägliche Sprache. Als er eine Gescheide mit Nachfolger, wo er nicht in Israel wohnt, dient der Mamer, wie ein Koeidisch und wie Joel Moise, wie ein entgiltiger Meckor für die wissenschaftliche Sprache-Differenzierung von den arimmigen Völkern in der Hand, basiert auf halogische Meckor. Damit hat der Rebbe ungeheubend zu schaffen eine kulturelle Kulturelle von Jüdischen Rädern in New York, wo er eine Identität an den Jüdischen entwickelt. Schleume Herzog, der Satmer der Asken von Williamsburg, ist die Arbeit von Formeliden der Sprache-Ideologie in seiner Cipher von 131. Dort stellt Herzog eine Artikulierte Haschkofa wegen Sprach-Banitz, was wenigstens mit Hebräisch und ist gezielt Daffke von Chassidien in Chitz-Luretz. Der Cipher ist zu spreid geworden in Satmerke Hilles in der Welt und es ist geworden ein Heilig von der Lamidem in der Meidelschule. In den heutigen Zeiten ist schwer zu treffen eine chassidische Person, eine Mann, eine Frau oder ein Kind, wo man einen Instinktiefer in der Kasse weiß, was man in der Hand ist. Das ist aber sehr, natürlich. Fakt ist aber, leben hunderttausende jüdischen Jüdischen in der Welt mit ruhigem Gewissen und seine Hütte nur in der Kalle wie sie braucht zu sein. Und sie kommt von der Betracht als Jüdisch hat etwas zu tun damit. Herzog hat vorausgesehen der potenzielle lebendige Stier und er hat gegeben von seiner Leiner es nicht nur einen Weg zu berechtigen seinen Jüdischen, sondern auch eine Gefühle von Hörigkeit der Wegen. Ein bisschen andere Schritte. Sov Pussig. Herzog hat ausgetrottener Weg in der Führer in der Machen haben genitzt seine Luscheunas in Mamschurch gewährende Arbeit. Damit haben sie aufgeteilt, was Harvard, Giles und Boris schrauben wie kultivieren ideologische Klourkeit von der Sprache durch In-Group-Identifikation und kollektive Mobilisatie. In anderen Wörtern die Führer haben strategisch gered und geschrieben wegen Sprache auf einen Eufen zu schaffen eine intuitiver Verbindung zwischen Jüdisch und chassidische Identität. Wenn Chassiden sind umgekommen, haben gerade existiert die Führer in der Führer in New York vermutlich in der Bas-Jakob-Schule und viele Chassidische Kinder gelernt. Der Modell, als jeder Chassidische 40 Jahre eigene Mäuse ist in der Heimat, in der Heimnis existiert. Sie ist da geboren geworden. Er hat beschlossen, als er aufzubauen die ganze Standarte in der Führer 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 vor allem auf Charles wissen Sie auch warum diese Johnson ключliche lernt vom Chassiden in der Führer in der Führer vom Chassiden Und sie wussten, dass sie in der Bibel-Kahalle, in den 70er Jahren die Mädelschule gegründet haben, und bis damals die Mädels gegangen sind in Beisjankov, so viele Mädels haben die Mädels gegründet. Die 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 Mädels sind die Mädels gegründet. Die Mädels sind die Mädelschule für die Mädels congelistiert worden. Die Mädels haben sich in der Hasidische Welt gemacht. In anderen Juden haben sie sich über die Mädels gegründet. Die Mädels gegründet wurden nicht vorhanden. Das ist die Mädels gegründet. Ich kann in einer Bibel von der Babi, Manal, Lamide-Khöln. Naftula Herz-Frenkel. Ich lasse Menschen das Leinen. Fischmann erklärt, als formelle Kind spielt eine sehr wichtige Rolle in Sprachaufhaltung. Es ist sicher nicht kein Zufall, als in Satmar, wo sich die erste chassidische Mädelschule in New York gegründet hat, hat sich die erste jüdische Mädelschule gegründet. In jener kritischen Zeit, wenn die Sprachassimulatien so verspreidete, hat die Mädelschule nicht mehr als weniger aufgerichtet, als die Sprache bei den Frauen, wo sie die Zeugenden gekommen sind. Wie bald die Mädelschule hat sich geschaffen, hat sich der Rebbe angelegt, mit dem Zufall zu stellen, den Lernemprogramm in Schaffen, Lernemmaterial auf Jiddisch. Frenkel schraubte bei dem Azoi. Ich lasse Lechofleinen. Der Rebbe war involviert in jeder facet der Mädelschulein. Die publicationen von Jiddisch Textbooks für die Mädels war unter seiner persönlichen Supervision. Er hat nicht zu kompromisieren eine iota auf die jüdische Sprache. Der Rebbe demanded ein purer Jiddisch, nicht einer, die mit Englisch Worten und Sprachen wurde. Was Frenkel weiß, denn du, ist ein purer Mensch, das mit Sehen nicht gewöhnlich ist. Wie ein Sprachpurist. Das ist ein geitiges Leben, das man anhalten soll, die jiddische Phänomen. Später habe ich erklärt, was er nicht in der Öffentlichkeit gesprochen hat. Ich wusste auch nicht wegen Lernematerial. In den ersten Jüden hat man mit den Kindern, die Englisch und Mädels genutzt, jüdische Bücher von der Hebrew Publishing Company. In Wastos hat die Bücher von jedem einen gefolgt, aber ganz schnell bezahlt. In 1961 hat der Lieber Friedman, der Aufseher von der Saatmen und Moisés herausgegeben, mit dem Namen des jüdischen Jür, ein Textbuch für die religiöse Mädelschule, gezielt von der 4. bis 7. Klasse. In dem Vorwort schraubt der Mechaber Azoi, und ich will noch einmal geben, Amenit, als Menschenzahmesleinen. Wie bald das biech ist erschienen, ist es oben, ausgelobt gewonnen, in ein paar Filmeblätten der Jüd. In, ich will noch einmal geben, was ich sage, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. ein bisschen. Ein bisschen, was der biech ist gedirkt geworden, hat, bin Jumen Hersch, Berkowitsch, der Mannal Rochnie, von Saatmen und Meidelschule, in der Gnomein ein Projekt, was hat entgeltig gelesen, ein Problem von jeder Schleeren Materieal. Er geschaffen von der Kartei, mit nur mit Beisruch und Publishing. Das ist ein Bild von der Kartei, von der Büchlech, was ich habe mir erlebt, von meinen Kindern, wo sie es gedirkt hat, durch Beisruch und Publishing. Mit Beisruch und Publishing, hat sich ungeheuer eine neue Epoche von Chassidische Drikerei, was haltung bis in Hand gegen Tag. Ich habe gerade, ich habe gewollt zu reden noch von dem, aber es ist, du, Saat, von der Rebbegein. Der Saatmen und der Skunum haben sich nicht mehr geniegt, mit dem, was die Kinder in Chaider in der Schule kennengelernt haben, die jüdische Soren kennenlernen, der am neuen Abend auf der Kopfhautomus zu leiden, in Episkurses zu leiden, in Daffgav Jiddisch. Und das hat gefeiert, dass sie in die jüngeren Juden von der Kihilla und der Saatmen haben die Saatmen und der Skunum aufgekauft, der Jiede Zeitung, wo es Arne Rosmarin allein hat aufgekauft, in 1953. Mit dem aufgegriffen der Zeitung haben die chassidische Führer in der Skunum erreicht, ein dreifachiger Gewinn von jüdischer Sprache, was hat übergeweugen die fundamentalen Schwachkeiten von denen sie gelitten in den ersten Jahren in New York. Die drei Hauptinitiativen haben zugestellt den neidigen Amelioration zu retten von jüdisch. Dau stellt sich eine halbe Schale, die sich früher erwähnt. Oip hat sich der Saatmen einen Tag gehabt an dieser apuristischen Zeitung zur Sprache, also wie Frenkel stellt vor. Vau wuss hat er nicht bei auftrug das Skunum, den Mechanchum, den Schrauber, herauszugeben, Wörterbücher, in Bücher wegen jüdischer Grammatik und zu normieren der Sprache. In Ottu liegt der Hintergrund. Gott ist das fach-assidische Führer gegangen im Leben, wenn man so redden jüdisch. Sie haben sich gemisslich gehalten von jeder Sache, was schmeckt nur von Sprachplanierung. Da ist auch vielen Dank auch schade, als er vereinigen sich mit der jüdischistischen Bewegung. der Trauma von dem letzten Jahr hindert. Das heißt, der Kampf, den die Orthodoxen gegen die Sekularisatien in Europa ist auch sehr tief in die Beine gelegen. Wie stark hat er gekränkt, dass die Sprache wird verändert. Insofern hat er sehr gekränkt. In Menschen von den Eltern haben wir das gesagt. Sie haben sehr sehr öffentlich gewalt, die Taktiken für Sprachplanierung. und die Sprachplanierung hat eine ideologische Priorität. Das heißt, der Kampf gegen die Sekularisatien hat eine Existenzelle. Das ist ein paar viele Dinge, die die Menschen von der Welt. Wir sehen viele die 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 Geschwindigkeit undgehen. Das ist ein verlangst. Der der erste. Ein Satz macht nicht die die politische Spalt zwischen die orthodoxen und die seculären Aktivisten. Der historische Traum, zusammen mit der Gefühle von Heschaibus, Ziratavan, Jiddish, hat er führte zu einem kuriosen Experiment, sprach Benahung und Planierung. Der Experiment, der Tag der Gefühle, die sich als hantige Chassidische Jiddish hat sich sehra-sach verändert, ist es nicht pingt wie der Jiddish von Amor. Von der anderen Seite hat sich in den letzten Jahren geschaffen, in der Chassidische Gehle, eine dynamische Kultur in der Sprache, wo es kein Humann-Effekt zu verstärken, die Jiddish-Bahn-Miengen dauer, in ein viel einfacher zurückzubringen, konservative Elemente in der Sprache. Ich will nur verändigen mit dem, als es so zu anerkennen, die ämmere Fakten, die es gebringet hat, als Jiddish soll unhalt zwischenhandige Chassidien, in der Aufgeben dem richtigen Kuppe zu dem, was es umgewendet hat, als so viel zart, kohriges Geld, als Jiddish soll werden angeworzelt als die Sprache von den Chassidien. Die Chassidische Vierer haben entwickelt, aber bewisszinnige Programmen für Sprachaufhaltung. Wisszendige als Kinder sind die äckere Spieler in einem Kampf gegen Englisch, haben sie sich zuerst verleicht aufzubauen, meistens das jiddische Delusion von den Lamidem. Die Zier haben sie auch zugestellt, allein in leeren Material für die Kinder. Zweitens haben sie bestimmt Jiddisch als der offizielle Sprache in einem Rischis-Rabem. Alle Chassidische Sitzungen sind ein Gewinn aufgehalten auf Jiddisch und alle offiziellen Dokumenten sind gedreht geworden auf Jiddisch. Euer Bateiner gewollt, allein ein wenig kohle Schanais, hat er das gefunden auf Jiddisch in der Zeitung. Die Chassidische Vierer haben die Schassidische Vierer in der letzten Vierer, nicht nur die Demokratie, und dann die Männer, die ämste Geräte von Jiddisch, haben sie verleicht auf Jiddisch. Auch das hat sich Jiddisch gehalten bei Chassidisch nicht nur aus der Heim Sprache, sondern auch aus der Feizielle Sprache von der Kehle. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Röchel. Also, jetzt kommt ein interessanter technologischer Vermess, nein? Wir wollen haben ein Zoom-Referat. Ajo, Eli, Asoi, oder Agi? Jo, alles gezeichen. Ihr seht sie nicht, aber ihr seht sie von dannen Tor. Sonja Jampolskaja in England wird reden auf Englisch. Ich will geben euer Titel, Sonja, und das ist Lilly Kahn und Sonja Jampolskaja zusammen. Contemporary Haredi Yiddisch Bilingual Pedagogical Materials. Thank you very much, David. Can you hear me? Can you see my presentation? Great, thank you. So, first of all, I'm very grateful to the organizers of this conference that they let me in. And I wish I were there with you. I know there are a lot of friends of mine in the audience. We prepared this talk together with Lilly Kahn, but unfortunately she was tested with COVID yesterday and doesn't feel good, really. This talk is based on our research, which was conducted by me Lilly Kahn, Zoe Belk, and Ella Benedikt. And those are in the audience, and you can discuss these topics with them afterwards. So, first of all, for the introduction, why did we choose bilingual materials only? So, generally, if you come to a Hasidic bookstore anywhere in the world, you will see that pedagogical materials, you can see two large groups of pedagogical materials in Yiddish, those written in Yiddish only, and those which involve other language or more than one language for instructions, and this is mostly Hebrew or English, or both of them, again. So, generally, Haredi Yiddish pedagogy faces two major challenges. And the first one is that it has to teach a language that doesn't have a standard variety, which is a very tricky task anyway. And the second, which fits quite well to the previous amazing talk by Chayenova, is that for ideological and cultural reasons, the Hasidic pedagogy largely rejects a rich and perfectly developed tradition of standard and Yiddish pedagogy. Therefore, in many respects, they have to rely on their own experiences, which is also a challenging thing. So, which are our main questions and aims in our research? First of all, just what types of bilingual materials are available commercially in Hasidic bookstores? Second, and most interesting for us was, which are pedagogical approaches and methods used in those books? And the third and the fourth questions are, how variation and change in the contemporary Hasidic Yiddish is faced and in these materials? Is it, yeah. So, here, language and education in the Haredi world. So, generally, who are these people who are L2 learners of Haredi Yiddish? So, first of all, they are newcomers, because newcomers in Haredi communities, they usually invest a lot of their effort to learn Haredi Yiddish themselves and to educate their children. As Haya explained it perfectly, that Yiddish is viewed as a key in the core element of Hasidic identity. Therefore, people really try to invest their time into acquiring this language. Textbooks generally are quite a recent innovation in Haredi world. The first we found were produced in Seventeens, and there is a growing number since then. Most of them are aimed at girls, but at the same time, most of them look like as if they can be used for boys, too, and for adults, as well. The important feature, as well, is that this is a minority language without a state support, and that all these materials are grassroots initiatives, so there is no large state machinery which helps to your endangered minority language, which is usually the case in the world. So, here, I want to make one step aside and to discuss briefly the concept of translanguaging, which is a new sort of fashionable, trendy approach in contemporary pedagogical scholar pedagogy studies. So, in mainstream methods of L2 teaching, isolation of the target language is a key idea. Use of the first language can be seen as a failure, and the ideal classroom should have as little of the first language as possible, or first languages in plural. And, like, we understand that when there are students who want to learn some language, they do have some other language or several of those, right? So, ignoring and avoiding the use of the first language or languages poses a paradox, because the focus is on monolingualism in these classroom settings. However, the goal is to develop multilingualism, so, therefore, the concept of translanguaging is an umbrella term, which combines various approaches and new theoretical and practical dimensions, which try to oppose something new to this mainstream approach. And, one of the key ideas is that we can perceive boundaries between languages as much more soft and fluid, and we can, even in the classroom settings, use both code switching and even code mixing, and these are not taboos in this kind of pedagogical approach. The other thing is, the other sort of approach from inside the Jewish culture already, and from inside this very rich tradition of learning, is Teich, the method by which Jewish boys are supposed to learn Chumash, which actually built, which comes very close to the ideas and ideals of translanguaging, which is very vastly bilingual, and which invests in the first language and uses this knowledge very widely to introduce the second language for the students. And I believe that we will see in hermetic pedagogical materials, a lot of features from this Teich approach, and a lot of them might be viewed from the point of view of translanguaging as very innovative and practically effective. So, a brief overview of the books, which we have in our collection. So, first of all, those editions we have are available regardless geographical location. It's in all large Hasidic centers, whether it's Jerusalem, London, Montreal, Rio, or New York, Obnei Brak. First, Der Schlissel a Yiddish Lern Bichel. This is a large format book series, three volumes aimed at girls within the formal education context. The second volume involves a little bit, and the third volume uses a lot as language of instruction Hebrew, which is understood as not an Israeli Hebrew in the introduction of the book. The next edition is Yiddish Klangin, a three-volume set of textbooks produced by the base Yankiv network of Haredi girls' schools. The language of instruction is Hebrew as well. It is aimed for girls, but actual context is quite vividly focused around male and boys' topics, which suggests that they might be used for boys as well. The next is Ezra Kalali Svata Yiddish, also three volumes, Hebrew medium phrase book style publication, aimed for both men and women, girls and boys, regardless their gender or age. The third volume involves a lot of traditional Jewish topics like holidays and life cycle. There are CDs and most of them there is audio supplied as well. Verken Yiddish is a small size book aimed at girls again for formal educational context and uses Hebrew as language of instructions also. And there is Easy Shmizi Guide to Yiddish. This is already an English medium pocket size edition, which is aimed primarily to men and primarily to Yeshiva Bochim. Generally, all these editions try to avoid the word grammar generally and try to avoid grammatical terms when they're explaining some specific features in the Yiddish language. There is a nice quotation from Easy Shmizi. Easy Shmizi explicitly aims to teach the grammar of the language, which is not very usual, as well as its vocabulary, but without grammatical terms, quotations like diphtongues, accusative and many other wacky words, which may be perceived as intimidating. Many folk weaver when they hear the G word. And there is also a website with a lot of additional materials. The last book in our collection, it's not strictly speaking a textbook. This is a dictionary as it's written there. And from like academic point of view, we would call it a glossary. There is a quite large for this kind of edition grammatical appendix and the introduction suggests that it might be used not only as a dictionary, but also as a medium to learn Yiddish and to acquire it. Therefore, we use it as well. It's trilingual. It's used as English and Hebrew as well. It's built according to precise tokens. I mean, precise, for example, verbal forms, and it gives one word in Hebrew and one word in English as a translation. So it doesn't look like our usual dictionary, which we used to use. So now let's focus on several particular topics inside these textbooks. First of all, orthography. The Yiddish orthography used in the textbooks differs from book to book, which reflects variation and lack of a rigid standard in the language. For example, in Izraq Allah, in one place you can see book with Vav, which is by most Hassidim, they are produced like E with E like Bih. Therefore, in other place you can see Bih with Yud, which means that formal side of orthography is not very, is not very serious sort of in these editions. On the other hand, there are specific features of Hasidic orthography, which are loaded with some ideological or cultural meanings, which are followed and they are not violated usually. For example, we don't find words with Tzve Yudin in the beginning, because this refers to the name of the God and you shouldn't do that. And this is like, there is additional meaning. It's not only the formal requirement of orthography. So here is an example from Yiddish Sheklangin. We can see here Ingel and Yiddish both with Aleph. And this is sort of an important rule, which is followed. The other thing in orthography is that this approach suggests familiarity of a student with Ashkenazi Hebrew writing system. So it's only mainly in all editions, but one of them, it is a common knowledge that commas is pronounced as O. And it's only in Ezra Kala, where there is a specific explanation that unlike Israeli Hebrew, where commas says A, here it's pronounced as O. In all other editions, this is common knowledge and students are supposed to know that. The system of pointing is very close, like it's really very close of the pre-standard pointing using Yiddish. And it's very different from the Yibo-like pointing. So the Yibo-like pointing is much more concise and is structurally different from the Hebrew pointing. If you look for some, if you look attentively to this Haredi Yiddish pointing system, you will see eventually that it's sort of, it reflects a super, an orthographic super system, which belongs to two languages, both to Ashkenazi Hebrew and to Yiddish. In a similar manner as phonology, we can imagine as a super system between these two languages in Diaglossi. So here again, the boundaries between languages are softened and there is one very different approach to orthography, where it's important that this is a unified one orthography for these two languages. And therefore, it's like, it's clear that either you read Zogt Broche or Zogt Broche, Der Zeilen Heider or Der Zeilen Heider. So my point is that it makes quite a good sense from inside this Diaglossi structure. The next question about a case in gender. In spoken contemporary Hasidic Yiddish, there is an absence of morphological case in gender barking. So let's see what is going on. But you can find them in the written Yiddish. Therefore, the question is how they are represented in pedagogical materials. So first about definite article. In some editions, you can see only two forms of definite article presented in the explanations. Di and ber, for example. Dos might not be mentioned. In others, there might be ber di dos, but the form dem is not mentioned. At the same time, in all these editions, in the examples and in the text and in the songs which are presented there, all forms are used, but not explained anyhow. And from our academic point of view, it seems odd, right? You use something, you don't explain it to students. But we can try to move our point of view and to see that this particular pedagogical approach sustains this general feature of Hasidic Hebrew, whereby passive knowledge of definite articles includes a variety of historical forms, which enables students to read historical Yiddish texts. And of course, this is culturally important, right? Well, for the active use, the single unified form is sufficient. And this is explicitly stated in Easy Shmeasy. When he starts to explain three different genders in the end, he says, if you're not sure about the gender of the noun, you can just say that you'll sign fine. Adjectives with adjectives. Adjective morphology is not discussed in most teaching materials. Sometimes it is discussed partly, and according to the article written by Zoe Belk, Christa Sandroy, and Lily Khan, there is a new development in contemporary Hasidic Yiddish, whereby the suffix er has been reanalyzed as a marker of attribution of the particular adjective, which means that attributive and predicative adjectives are distinguished by this ending. If there is an ending, this is an attributive adjective. So it seems like a very simple rule. It's not mentioned in this edition. Presumably, it's not in the active understanding, or maybe it doesn't seem important. Personal pronouns. So in the way how personal pronouns are represented in these books, there were two major features. First, we can see a conservative features. First, we can see a conservative feature, which means that a lot of forms of pronouns which are used in spoken Haredi Yiddish are not mentioned in the books. For example, Mir is listed as the first plural pronoun, but not much more common ins. And the second plural pronoun, Ir form is mentioned in all these books, but there is no mentioning of Enkh or Eich, which are very widely used in Haredi Yiddish. On the other hand, some innovations of some new developments of Haredi Yiddish are reflected in the books. And these are, so in standard Yiddish, there is a three-way distinction, Ir, Mir, Mir, Du, Dir, Dich, right? So there are different forms for dative and accusative and nominative. In Haredi Yiddish, there is a two-way distinction, which means that there is nominative, and both dative and accusative forms are used as both accusative and dative, which means that some speakers use Dir for dative too, and for accusative, and Dir also for both functions. And actually, this is, you can find it in the text books, because never a three-way distinction system is presented there. There is only two-way distinction. So you can find there either Mir or Mir, so one of these forms. Verbal morphology and syntax. In a very similar way of how it's developed in the contemporary translanguaging theory, complicated grammatical topics are presented without this superstructure of linguistics in these textbooks. So first of all, the entries in the Likute Sihas are like this. So you can see Zogsdu is one entry, and there are translations. Ata Omer or Yusei. So usually what we see and what we, the approach we used to use in the mainstream pedagogy is we have one token, we have one form, then we have a level of analysis. What is this form? Then we take a word from a different language, we put it in the same form or in a similar one, and then at the end we get the second token in the second language. So here it's very straightforward. You have one token in one language, the other token in the other language. So it's a very simplified and in many respects maybe quite practically useful strategy of pedagogy. I will show you. So at the end of Likute Sihas, there are two different tables which actually have the same content. So there are tables about verbal declinations. One of them is for Hebrew speakers. The other table is for English speakers. So I will, I just wanted to show you the way how your previous language explains you the new language you're acquiring here. So for Hebrew speakers, verbal conjugations are presented synthetically with one Hebrew verbal form corresponding to a single cell in the table. And in the cell, there are several forms, right? And comparing to this, this is the form how you, how the same information is presented for English speakers in the same edition. It's just the second, the next page. So for English speakers, the same verbal conjugations are presented analytically with one English word being presented alongside the word performing the same function in Yiddish. So two Germanic languages, similarities in the verbal structures, but there is no all these theoretical linguistic parts. It's very practical. And it's formulated as a game. For past and future, you find yourselves number one, two, three. For present, you just omit the second part and you'll be fine. You'll make, you'll build the correct form. In a different edition, Ezraq Allah, verbal morphology is explained without explanations for Hebrew speakers. Again, they face these problems that we have analytical forms in one language and syntactic forms in the, in the, in the, in the, in the other. Therefore, therefore, they ascribe the, the verbal meaning to personal pronouns. So it's like the personal pronouns, there, they have forms in the present tense, and they have different forms in the past tense. So who, he, in the past tense is erhot or er is. There are two forms. As if so, this meaning, this grammatical meaning is ascribed to pronouns. And this is the way to explain the system to, to, to a person with a different verbal system in, in the previous language. Um, of course, cultural topics are, uh, very vivid in these editions. And Cineas is an important part of it. Here, there is a picture of a girl and you, you won't see her. It's very sketchy. You won't see, uh, the limits of her face. Neither her nose is presented, but generally you can guess that, 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 that this is a girl. And, uh, despite the fact that most of these editions are aimed at, uh, girls, the context is quite, uh, quite extensively around male topics and male life cycle events like option or and so on. Um, the other thing also links, uh, well, uh, very well with the highest talk, uh, that Yiddish is presented as a holy language with like specifically with the word holy in most of these editions where there is an introduction. And also when, when Hebrew is used, uh, there is a very important distinction between Losh and Kodesh and Israeli Hebrew. In many cases, it's believed to be Losh and Kodesh used in the editions. So it is stated that, that this is Losh and Kodesh. In conclusion, I just want to, um, make several points that the multilingual nature of this community, um, plays an amazing role in the way, uh, as pedagogy is being developed there. That, uh, that Yiddish is, uh, explicitly, uh, described as a key mark of Hasidic identity, that all materials are grassroots initiatives. And another important feature, which I didn't mention before in, in all these, uh, editions is that the authors rely vastly on community. And they explicitly, um, uh, tell to the readers and to the students that the main thing you should do in order to acquire Yiddish is to find a friend, a Yiddish speaking Hasidic friend. In, in various editions, it's awarded in, 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 in a, in a different ways, but there is a general understanding that these books are, they, they do play only supplementary role. And the first thing you need is Yiddish speaking community and friends. Uh, translanguaging and Taich inspired, uh, features of this method can be seen, again, from the point of view of translanguaging theory as innovative and particularly efficient. Though they contradict really very strongly with our usual ways as we used to learn languages in academic settings. Um, and we can see there are both conservative set, uh, tendencies in presenting pronouns, and some, at the same time, other, other features of contemporary Haredi Yiddish are reflected in these editions. Um, there is a, the references to scholar literature we use, and the first thing on the yellow part is our article, which has been published, uh, very recently online. during the, several weeks, several weeks ago, uh, which is, uh, devoted to this particular topic. Thank you very much, uh, for your attention. I'm very happy to answer any questions in any language. Thank you. Thank you. And Herschel, you're writing the word. Herschel Glazer has done a doctorate in Jewish linguistic here at Columbia University. He has been connected with Nivo. He's a Jewish teacher, a researcher, and a translator. Sein Titel, Chobbisav, Englisch, Mordkeshechter, and the four schools of thought in Yiddish language planning. In 1977, Chobbisav, Englisch, in the journal Michigan Germanic Studies, which is not the same in the journal, is a work that is called four schools of thought in Yiddish language planning. On Yiddish has been called the four numbers. We are not known as another typology of numbers, or one of the other ones you want to know. But with the broad definition of normality, there are many of the pre-historic grammaticals of Mammelos, who are not in Yiddish, as to Yohann Christoph Wagensahl, in the 17th century. But it's better to say in the 19th century. In that time, when the literary Yiddish is not in Europe, there are many people who have written the text in the 19th century, so to say. In that time, the Lithuians, like the Moshe Isaac Merdick, have been told to learn the people of German. Later, they have been told to learn the people of English. So they are, however, some anti-normers, who have not wanted to learn the Jiddish as all the cultures. Go wrong. But this is anti-normers, or not the main normers? The Dormdickermaskillers, also like Heikel Hurwitz, Joseph Perl, Mendel Leffin, have written, as well as it has been told, as well as the people will be saved. The first time they have been told, the literary literary novel, later they have come the classics, Shalom Aleichem der Wolliner, Perlitz der Pölscher and Mendel Leffin der Favolinerisch der Litvak, this was the Monk Rufin Salmin Reisen, and they have taken the Polish folk novel, via the result of their literary novel. Im 20. Jahrhundert ist aufgekommen die moderne jüdische Philologie und damit die moderne Normierung. Normieren hat man gewollt und gedacht als Ding. Phonologie, Morphologie und Grammatik haben gefordert Normierung. Ach, und ach, in Chowiv, Ausleg, was herum dem Kajidua, sind in viergekommen die Heiste, wie Kuchim, in dem 20. Jahrhundert. Von die alle ist der Jesod die Langoneke die same konservative Formes. Die Sogen und Kummen sind in Äfscher zum Teil ungenommen geworden, weil Chlalsprach hat dank dem Präzige von Litte, Bichlal und Wilne befracht, aber der wichtigste Faktor ist gewähnt das, was in dem Älsten Jüdisch ist das gewähnt der Eräuschred. Erst als auch später haben sich die Dialekten ausgeführt und bemehrt es in den aufgekommenen Sogen und Kummen. Heute, wie gesagt, sind die Heiste, wie Kuchim, gewähnt in Scheiches mit Neusleg, ist der Jesoder von Fort gewähnt an Ungenommener, die traditionelle Orthographie, wo man schreibt, »Kummen mit Awov« und »Sogen mit Kommerz Aleph«, nicht geguckt darauf, wie man die Werte eräuscht. Das heißt, das Wort »Yid«, »Jud-Wolf«, »Aleph«, »Jud«, »Zi«, »Chirk«, »Zwey Juden«, »Vu«, »Metastumen Aleph«, »Zionastumen Aleph«, »Zionastumen Aleph«, »Und das Gleiche«. Auch der grammatische Mien geht mit der Tradition. Litwisch-Judisch hat nicht kein neutraler Mien, darin Jüdisch ja. Ist auch litwisch-Judisches Klömer prestigiker, hat das literarische Loschen drei Mienen, worum also fördert unsere sprachige Tradition. In seiner Arbeit »Die behaltene Kriterie«, gedrückt auf Englisch unter dem Titel »The Hidden Standard«, teint »Motre Schächter«, als das halten sich bei der Tradition, heißt »Beiben in a größeren Mosse unter der Haschbäu von Deutsch«. Leut meine Meinung ist er nur zum Teil gerecht, aber das ist ein anderes Schmuss, wie man sagt. Die Häupthofer von mir von mir und ach sich mir ist aber die Lexik. Der innen Lexik, befräht als von dem ersten literarischen Loschen in Meirew-Europa, sondern jeden darüber zum zweiten literarischen Loschen in Miesrich-Europa, hat nicht gehatt als der Tradition. Und da kommen wir zu den vier Schittes, wo es Schächter rechnet euch, und sie konzentrieren sich bederlich auf Lexik. In der Oben der Monterarbeit »Four Schools of Thought and Niedish Language Planning« zertelt »Schächter«, die Philologen, leut auch die vier Schittes. Die litwische Schitte, die däremdicke Schitte, die spezifistische Schitte, und die radikale Schitte. Die litwische Bederachlau sind Gebäurende an der Litte, und die Häuptfiguren da seine gewähnen, Max Weinreich, Judel Mark, Jude Joffe und andere. Sie haben gehalten, dass er so wie Litte und Befräht Wilne ist der samee Prestigekarteil von Jüdischland und dem litwischen Jüdischliebcheure. Wir sollten mir heute zwei Bräger, um besser auszukreiben das, was sich verspricht in der Litte. Die poschische Dugme davon ist nicht dagegen nicht. Zwei. Die Däremdicke haben gehalten, als er so wie Sro-Wieden redend poelisch-jüdisch oder ukrainisch-jüdisch kommt dem Däremdich heure. Heißt es, dass heute mit auf euch kleiben, sommer euch kleiben, dass es verspricht in poelisch-ukrainischen Loschen. Die größte Fondenträgers, der Fondenträger gewährt nur noch Pellutzki und Schläumer Bierenbäume, wie auch Chaim Ginninger. Mit was ist billiger das litwische Wort Krom? Die litwischen Wörter Krom und Almer hat gegen den poelisch-jüdischen Gewölb und Schank oder das ukrainische Kleid und Schaffe. Mehr dachte sich, als in unserer Zwiebel hat sich angenommen Krom, aber Schaffe. Die Spezifisten haben gehalten, als das, was es weiter von dem O, das heisst von dem Mocker, was hat sich entwickelt anders von den Räuberg-Sprachen, das was heisst in der Ligwistik-Ausbau, das erweitern sich von dem Mocker, hat als so eine Form es kommt die Bcheure. Der wichtigste, warum dem Parmel-Komedik-Nivo, was gehört zu der Schitte, ist gewähnt Salmenreisen, da gab kein Litwack, was ist nicht gewähnt kein verbrannter Litwozentriker. Im Prinzip, wo die Leute der Schitte gedauft öfter gilt ein Gewölb und Schank, also wie bei den Doremisten, weil das ist in der Nachsicht die weitste von dem Mocker in der Erde. 4. Die Radikalen sind gewähnt der Räubergisch die sowjetische, was sie haben immer gemacht im Ausleg und geprüft ob Schaffen oder Lchow-Apoches verkleinern dem deutschen kreuzigen Komponent. Uns ist gewähnt eine Polemik zwischen nochem Stiff, was hat sich gehalten bei Sätzen sowjetischen Verband mit Max Weinreich. Stiff hat gehalten als röschenkötischer Komponent, spiegelt die Hierarchie von der Gesellschaft, und Schatz Weinreich hat geämpft mit seinem Artikel was solltetisch gewähnt an Hebräisch. Wieder aber sonderer Meister aber Kedai, das zu dem Mohnen. Und hier müssen wir auch mit Deutsch-Märisch in dem Scheiches sind gewähnt Machmir und Mäkilem, der Rest der Machmir ist gewähnt Birnboin, und als Mark und Prilutski der Steger sind gewähnt Mäkilem. Efter hat man sich mehr gehetzt wegen Ausleg, aber als man will sich voneinander kleiben in die Schittes ist Deutsch-Märisch eke-dicke. Da darf man aber euch haben in Sinne, dass wir mit der Zeit haben es so viele Logen und viele die, die sich vor Mäkilem haben sich auch geträstelt von einer hübschen Zoll Deutsch-Märismen, wo sie haben, wenn sie ihre jungen jungen genetzt mit der breiten Hand. Widerich haus ihnen aber die litwische Philologin Mäkile, wenn ein Deutsch-Märismen verspricht in dem litwischen Jüdisch und mach mir, wenn er es verspricht in andere Dialekten. Wisch hast die Dormdicke halten verkehrt, versteht sich. Otto und Max waren auch gedruckt in 1938 in dem Journal Jüdisch-Fahr-Alle einen Artikel unter dem Titel Deutsch-Märisch träugnet. Das heißt, dass die Dormist der Dormist nicht wissenschaftliche ist, sondern sich auf weinreichs verspricht. Das ist auch wichtig, die Dormist ist ein Wissenschaftlicher, nur basiert sich weinreichs persönlichen Guss. und was heißt, und wie er so definiert mit dem wissenschaftlichen Zugang. Wir haben das gleiche Fall und sich auszumachen, viele Leute von Neuhochdeutsch, was andere Philologen nicht eingefallen sind. Aber Wissenschaft ist gewinnert Teutsch in Mameloschen Wissen. Erst von Neuhochdeutsch haben wir dem Heintigen Teutsch. Das heißt Science oder Research. In Tochereien ist er gerecht. Eine hübsch moderne Terminologie hat man reingenommen im Vater geholt von Neuhochdeutsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Erich schreibt 100 Jahr in dem 16. 100 Jahr. Wir haben mein Zugang ist euch anders damit, was er ist gewinnert als Schäume mitzvies. Er hat sich gedrückt in die Jivopublikaties, aber sich gehalten zweitens nicht zusammengearbeitet von der Neuent. Und Schäfte allein hat durchgemacht mehr wie ein Gilgo. In seiner ersten gedruckten jüdischen Sprachen 1952 setzt sich schon sein Spezifism, der Konverb 4 vor, das und nicht die Hilfverb und nicht Hilfverb. Seine Arbeit wegen jüdischen geografischen Namen ist doch in ganzen abgegeben der oder dem Spezifischkeit von jüdischen geografischen Namen. Am meisten ist heute wegen den Menschen, Menschen nicht jüdischen jüdischen Äquivalenten. In seinem Kabinett hat sich Michael Herzog gekehrt zuhören vor den Kommentar I see the more distorted, the better. Bei einem ist das ein Aufzu, bei anderen gold schudne. Wie gesagt, seine mischen beim onheb von sein wissenschaftliche karriere ist ein spezifist, aber mit chesed, wie er hat später allein geschrieben. In 1960 Jahren hat er an jüdischen 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 jüdische jüdischen 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 geschrieben Historie wie Geschichte, aber passt an Geschichte, hat er es nicht gepasst. Wie gesagt, ist nicht ihm, nicht keinem Kutzbühnenbäumen eingefallen zu passen an so eine Termine wie Wissenschaft mit dem modernen Teitsch. Erkennen sich der Deutschmehrscher Chvalier, was hat noch geplüschgett auf unser Brägg, hat gehessen Pottewehren von Deutschmehrismen, wo es schon verrannt, ein Jüdisch Wort oder Termin, ein Moschel davon, Bastein, was ist auf Jüdisch Teitsch Maskem sein oder Akkuess, wie gesagt, auf Deutschmehrsch ist es Zustein, insist. Heißt es, dass übernimmendem Deutschmehrsch und Bastein bereichert nicht die Sprache. Wie gesagt, wissenschaftliche Mitarbeitern wollten auf gewissem Sinne ja bereichert. Paterinzeitung kann ich einzunehmen, auf verlorener Position ist nicht gedau, verfallen. Mit der Zeit hat Schechter schon zurückgezogen, dem Umgehen, was hat geworfen auf sein Heimstatt Czernowicz, wo er so viele Jäden haben geredt Deutsch und wo sein Tate, der Jüdischist, und sein Mame, die Verliebte, in Mameloschen, haben befehlisch gemusst, schwimmen gegen den Strom. Die Czernowicz-Konferenz hat öfter gegeben, durch dort ein unberechtigten jüdischistischen Schem. Er hat euch zum Teil angenommen, ein paar Amerikanismen, was der jünger Schechter wollte sie verbrakiert. Wie er öfter schon wollte allein gesagt, I'm meld with age. In der später Arbeit, noch mehr Prinzipien und Schittes von Jivo, hat er wieder einmal ausgerechnet vier Schittes, noch da ist die Ferte nicht die radikale, das hat er schon gelostener Seid. Nur, ein Schittes ist er dialektistisch, das Scheppen von dem gerechten Loschen beklang und von den Dialekten befracht. Sie sind schon gekommen, zu schreiben, als Prilutski hat gehört zu der Dormistische Schitte, aber da ist er darf ge er ausgetrotten die Dialekten. Schächter bringt Prilutskis ein längeren Zitat. Dem Emerson Tam, das ist der Zitat, dem Emerson Tam von Jidisch habe der Field, wenn sich eingegroben in Aggressor Rettung in unsere und Prilutski gibt zu, dass wir vergleichen seinen Schreibstil von den Jüngern mit dem späteren Jüngern in 1930er. Euch Jüdel Mark hat sich umgenommen von die Dialekten. Uriel Weinreich hat in den Jüngern gewonnen ganzen Wilner zentrisch und auch Jüdisch hat er dank die Fakten die gescheppt von dem jüdischen Sprachatlus und Leutschech des Ezes reingenommen in sein Wertebuch ein hübsches Solwerte von den Dorm Dicke Dialekten wo er hat gekomm zum Eus vier als I das Par Reichert Sloschen I es gibt immer ein pünkt Lager Bild davon Und da gehen wir ein bisschen rein in ein Tempen Winkel Die Typologie ist sehr feine nur wir sehen schon als jeder Philolog passt sich rein in zwei Züge mehr Schittes und Halt mein Prülutschen war ein Dormist er ist aber auch Dialektist Max Weihnacht der Litwizist red breit darum in seine Geschichte alle Dialekten von Meire bis Misrich Schächter ist ein Spezifist was wird angehoben auf Dorm Dicken Zad bis Zeit gewin auf Litwischen Zad der noch dem sich umgekehrt zum Dorm Dicken Kutscher ist in dem Prat mehr unparteiisch wie Dorm ist Marcus gewin als Litwizist in seiner Grammatik prüft der Einführen der Jüngel und die Mädel wo da legt sich ihm der Neutral Mien nicht auf Segel aber Scheiches mit Grammatischen Mien muss man umnehmen die Dorm Dicke System von Drei Mienen nicht die Litwische mit Zwei Mienen Bieren Böhm der Dorm ist es euch gewinn als strenger Spezifist wie wir haben schon ein bisschen gehört in seiner Arbeit von Deutsch bis der Heel in der Mit Jehude streicht er unter dem Prinzip von Weiterkeit heißt es als voran zwei verschiedene Forms von der selben Sache darf man ausgloben oder ausgloben die was ist weiter von Deutsch und er weiß dann als in dem Zoffendicken Dialekt wo es Vokalen decken sich mit Deutsch er kregen dem Dormdicken wo es decken sich nicht mit Deutsch teiner als das hat unter gehalten das Verdeitschen Jüdisch bei die Zoffendicke Maxilien Maskilien und gestert es war die Dormdicke schwer nicht Masken zu sein der Reuss vier noch ein so lang breien wegen die vier Schüttes muss ich sagen als rein pass an Jochen den Reuss ein Schüttes ist sehr schwer Dank gut das mit aufheben hand weil ich ja David schüttel und der monat das was fällt in unserer Diskussion und das ist der Terminat ich will bringen viele Tod zu rein die Bord der Sibyl der erste Vorspiel Sibyl Daniel steht weil Daniel in Kalträumen kam so die Känze vor Rücken nicht direkt noch und direkt das ist zwei Unger ist die Statistik was hier war in 1910 haben ihn 76 bis Prozent ihn schon gewählt Unger ist ja tut der Hitler hoch ja muss man sich um kär man muss das rein was der kräht den den praten mal kräht was man hat die pfarrer a a a a a a a a drittis a 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 1912, er hat das alleine gesetzt, heißt Hayon Yon, jeder abatnig trugt uns in sein Keschel, das ist ein Lua, ein Mischiefes Lua, und es ist ein Programm, wo jeder Luba Arbeiter lernen alle Tore, und der fünfte Appell von jedem Tore ist die teuerische Wahlpferde von der frühen Dichepsidischen Arbeiten auf Jüdisch, außer er wird abgegeben, und nach meiner Stellung ist das, was er nun gerät auf Jüdisch, da soll kein Appell und der Lebede zusammen mit Aperectilien, zusammen mit den Säuren, mit anderen Sachen, alle Tore, und ein Tore, und das, was man auch gesagt hat, und ich, zwischen uns. Die Fertitude, meine Tate und Mama, wo es in Schörnerwitz ging, gehört Deutsch, und in Kostner, gehört Heulich, und erst noch ein Punkt, in Montreal ist die offizielle Händsprache geworden, Jüdisch und Bläutjüdisch, weil keiner weiß, wenn er nicht mit dem Mord, aber das ist gewähnt, sehr oft gebacken wurde. Und zuletzt will ich sagen, das ist der wichtigste Hülle zwischen den weltlichen Jüdischen und den heimischen Jüdischen. Also in der karedischen Welt lehnt man auch dem Mord. Das ist nicht gewähnt gekommen. Ich sage, ich bin Jeschibes, und wir haben gelernt in Kadorin, und Heinz war in Jeschibes, und wir lernen in Kadorin, und wir haben gelernt in Kadorin, und wir haben gelernt direkt auf Jüdisch, und Heinz werden wir weiter auf Jüdisch. Und das ist sehr gut, um zu verlegen und aufwischen die Spuren von Mord. Und das ist ein äußere existenzielle Erfindung zwischen uns und zu Recht. Jüdisch. Wenn es hier immer noch Amerika ist, wenn es in Jüdisch woens in der Seite noch gesagt wird, dass es nicht nur eine Änderung gibt. Aber eine von den Sachen, die von mir gehört werden kann, ist die Zahl der Gesehnen, die in der Moschel, sehr gut gekannt, in der Ingerisch-Gesehnen, die von mir gehört haben, weil wir haben andere tiefe, störe, negative Gefühle, und es ist speziell die Männer, die in der Arbeitsdienst, die ihre Umsehenden, die Ingerischen, um abhorre my father or in language in this carl Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Es gibt ja schweren Probleme. Es ist ein Anmögen, das nicht mit Bedanken ist, mit anderen Waffen zu stellen. Aber in dieser Zeit ist es, wenn wir in Hanoi haben, die Hungarischen, die wir in der Kirche kommen haben, die in der Magdalen Rechte, die in der Welt bewegen, die Menschen helfen, weil die Ingerischen nicht mehr verraten. Ich habe mir gedacht, dass ich mir bei Schicko Fischmann in einem Artikel wegen des Artikelbuches wegen der Tschernowitzer-Konferenz geht der Analyse von wie vielen Menschen haben 1910 oder noch 20 im Zensus von Tschernowitz umgegeben, 80 Tschernowitz, oder in der österreichischen-ungarischen Imperie, umgegeben ihr Writ, wie sie ihr Mame loschen. Und sie gewinnen, nicht die Zoll. Und sie gewinnen auf euch zu weisen, auf zu betten Recht, auf euch zu weisen Identität und so weiter. Demut hat keiner, was hat euch gestellt, den Zensus nicht gekannt sein können, Mother Tongue Claimant von Ivrit. Und sie hat euch gesagt, wie wir hier lernen. Und wie wir hier lernen, die Zolle sind, die Zolle sind in der Zukunft und die Zolle sind. Örnehm'er, der Planfaith, Stifizer, und so weiter, was er auch gesagt, was er gekämpft, so weiter ist es, was er gewissermaßen könnte, Ja, das stimmt. Ich weiß, dass ich das Internet im Internet habe, aber ich weiß nicht, dass ich das Internet habe. Ich weiß nicht, dass ich das Internet in Deutschland habe. Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr in die Internet verwendet habe. Ich bin von den Millen in der ersten Stadt. Ich habe mich schon gesehen, aber in der letzten Zeit, aber ich sehe mir auch schon, dass ich sowohl die Menschen, die Menschen, die sich nicht mehr zu tun haben. Oder ich sehe es auf Menschen, die Menschen, die Menschen, Ich glaube, es ist ein bisschen zu sagen, aber es ist ein bisschen zu sagen, Das ist auch ein bisschen wichtiges Thema. Was ist auch ein bisschen wichtiges Thema, und auch ein bisschen die Themen mit Hasidischen Regen, aber nicht auf dem Dach. Wie soll schreiben? Das ist ein bisschen mit dem Sonnensreferat. Einige Dinge ist, wie soll schreiben werden können? Keine weiß nicht, wie soll das sein. Wie hat sich die Rede mit dem Dach? Wie war es denn? Wie war es denn? Wie war es denn? Wie war es denn? Und ich kann auch sagen, dass man auch ein paar Stunden auf dem, weil man auch ein paar Jahre und die jüdischen Menschen, die es mir auch nicht mehr hat, wie man über die jüdische Leben gemacht hat, wie man jüdisch in seiner Entwicklung hat, hat ergedrückt hat, hat ergedrückt hat. ist für wie man das nimmt und wie man das nimmt, ist die Frage, das ist auch ein Problem, aber ich meine, dass sie zu formen, sich etwas an, etwas annehmen, zu drogen, in als Menschen, wenn man es gut will, weil sie nicht sagen, sie können nicht sagen, sie können nicht sagen, sie können nicht sagen, sie können nicht sagen. Karlmann und dann noch, Binyom. Ja, Karlmann. Ja, Weiß ist da, in der Papstbosche, von Haft, er hat ähnlich nicht genoten, wie Kenops ja, in Furtzelt und einst geht das, Versteht ihr, die Beine sind heute sehr politisiert? Die Frage ist, sie hatten aber ein Interesse, ob sie die Lehre mit dieser Materialien gemacht haben und geschaffen haben, in den in den letzten Jahren verschiebenen Beinungen. Sie hatten aber auch ein Interesse, die nicht mehr Beinungen haben. Ich habe eine Korrespondenz zwischen Schreiber und Beinen in Gerst und gegen eine Pädagogik, und die Kinder sind nicht nur wichtig. Sie sind sehr interessant und nicht wichtig. Sie haben keinen Verstand, dass man solche Sachen gibt, also andere Sachen, man darf nicht halten. Aber auch andere, die in den Schulen tätig sind, müssen sie nicht mehr finden. Ein solches Verständnis ist einfach überklärend. Siehst du ein Interesse in den Lehrmaterialien, das Wort geschaffen? Siehst du mir? Jetzt ist es vielleicht ein bisschen zu fragen. Sie sind auch ein Interesse in den Lehrmaterialien, aber bei uns in den Sommenswalt lieber gucken, die... Sie sind Interesse in den Lehrmaterialien, aber in den Sommenswalt lieber gucken Sie bitte, was sind ein einzelnes Geschäft, wo sie lernen, einige chrissilische Jüdisch, wo sie nicht genießen, einige chrissilische Schulen. Sie haben nicht gekannt, sie haben in jedem Lehrmaterial, wo es Lachen ist. Aber von denen... Aber diese Lehrmaterialien, warum haben wir uns gefühlt in den anderen Geschäften? Richtig. Wenn es allein war, als man das bezahlt hat, und jetzt kommt es auch in meiner neuen Repetur. Ich habe nicht gesehen, Menschen sich verriefen auf alte Lehrmaterialien. Auch in den Lehrmaterialien, die mir in die E-Belle gekannt hat, sie steht erst, und sie sagt, ich kann ihn nicht in der Klau in Friede gewirkt. Sie reden gar nicht wegen Friede gewirkt. Ja. Äh, Benjamin. So, von dem ist gut, wenn du gerade, ich überraschere mich, das hat alles gelockt, das war ja bei allen. Die Frage war ein paar, sehr gut nachschuldig, außer wo er kommt, von einer Zugang. Es wird noch sehr rein, ein Zugang, von der Viererschaft, wo es, ich muss es zwingen, aber von der Viererschaft kommt die, um Kurs, zu Eidisch. Und andererseits, ist das auch eine Kschale, die Taktik, die Taktik, von der Mürung. Aber etwas, was hört mir, man muss es auch besser verstehen, die Soziologie, von der Professorkale Intelligenz, wer führt durch, das wird, der andere Rebe sagt, der andere Rebe sagt, wir müssen auch mal reden in Eidisch, und man muss jetzt lernen, die Schule ist, gut, aber wer, warum das immer in der Praxis, das muss eine Taktik auf der Seite, aber es muss sein, der andere Rebe sagt, dass das zweite Rahmen, über den Verlangen der Lehrer, wer hat, wer hat, wer hat, der andere Impuls, von der, der andere Fälle, so sehr an der Praxis? Erstens, das, was Frenkel geht über, was der Rebe hat ihm gesagt, hat man keinem anders gehört, von, so fehlt Dokumentation, auf die, private Schmissen, hört man nicht, ist, was man da rausgegeben, bei Rabem, in was er hat gesucht, bei Rabem, ist eine Sache, in was er hat gerät, ist der, Frenkels Buch, ist eine interessante Sache, weil er ist einer, was es nicht, er ist, ich weiß, ein Heilig finde Internehmung, aber er ist nicht, für die Community selbst, ist interessant, ich meine, er traut sich zu suchen, mehr Sachen, wie ein Satz-Mere-Yid, was wir geschrieben haben. Das ist das erst, er hat das gesucht von Frenkel, er hat gesagt, ich will, er will, er will, er will, er will noch andere Sachen, was er schreibt, ich will, ich will, ich will, ich will, das ist eine Sache, in der Satz-Mere, hohe, er hat das gesucht, ist, wer, es wird geschaltet, er bleibt ein Friedman, wo er ist, er ist, er ist, er ist, er ist, da ist, der ist, die eine minimale, Wegwasser für wieso man es soll reden. Und es fehlt, es fehlt. Dies ist, dies ist pink, wo es fehlt. Wenn der Satz-Mareva etwas gewollt hat, hat er gesagt, dies ist dies, dies ist dies. Es ist auch centralized leadership. Aber in Sprache hat er dies nicht getan. Es ist aufgekommen. Menschen, die so haben gedacht, haben etwas zu sagen. Nicht alle, die Menschen kennen. Es gibt immer noch Bücher, die sich einer kauft und einer kauft. Das weiß ich nicht, aber... Es ist manchmal in jedem Bücher, das sie ins Amnibar gekickt, wo es sie nicht macht. In Nordmeldländer. In jedem Bücher steht, es ist wichtig, sie redet mich, sie macht uns hin und es ist eine sehr wichtige Sache. Sie sind in der Lüft, in der chassizischen Zwiebel. Es ist nicht ein Mensch, sie sagt, es ist wichtig, sie sind in der chassizischen Zwiebel. Alle sagen, es ist wichtig, sie redet mich. Ich rede mit Chassiz, und sie redet mich nicht in der chassizischen Zwiebel. Sie sagen, es ist schuldig, es ist nicht in der chassizischen Zwiebel. Es ist nicht in der chassizischen Zwiebel. Ich will nur sagen, dass von Herrn Dossalz, Montre Schächter und Schicko Fischmann haben ihn gehabt, noch bei sehr schreibenden Tanzs und der Maler. Sie haben gewusst, in einem gewissen Sinn, was sie kommt vor und sie von uns gesehen haben. Dossalz. 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 Ich habe es gesehen, dass es so zusammen dialektisch anders ist. Zu dieser Rhetorik, zu dieser praktischen Dialektion. Ja, ich spreche. Ja, ich spreche. Ja, ich spreche. Ah. Ich weiß, dass ich da was noch gibt. Ich bin der Rhetorik. 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 Also, Klall. Es ist doch Klall Jiedisch und Klall Jiedisch ist die Beut von Jero. Rhetorisch. Entschuldigung, Sie gewinnen. Ja, und dann noch Jan Kuperez. Und dann noch darf ich mir endlich zum Bad Leroy. Ich möchte Herrn Kronen sprechen. Wir sind in der Normir-Schiten, die Schatten der Wahl, und warum habe ich einen Jiedisch-Englischen Werterbuch und die Jede Spieker hat. Ah. Ich habe sich geschämt, das einzelne Referat, aber jetzt soll es sich nicht schämen. Ich meine, als Gitter und Masken sein, also wir sind in Tochereien-Spezifisten. Also, wir haben geschäppt von allen möglichen Mägelchen-Mekäuren, und das versteht sich von Friedrich und Werterbücher und von, ähm, und der Mägel von den, von allen Dialekten, was Deutschkopf hat auch von und mit ihm, wo Rilweinrich, wie gesagt, hat, ein bisschen von allen Dialekten, ähm, Beinfeld und Bochner, ist, äh, Spezifisten. Was gehen wir? Und, äh, Jan Kupert. Es ist nur ein halber, entehrter Arle, weil, äh, ich halte mich, in meinen, in den Spielen, und, äh, meine Voration, es ist mir ein Peler, wie, nun, es ist, zu, äh, gewähnt, äh, gewähnt, äh, 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 sprach, und, äh, 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 in, äh, in seine letzte Jahrzehntelke, hat Schächter schon geweicht vom Nutzen, dem Termin Klau Jinnisch, und zurück zu, äh, zu literarisch Jinnisch, äh, 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 nur mit gewissen Menschen, mit gewissen Gelehrten, was haben Vertragter gesagt haben im Fall jüdisch. Wir haben viele spezifische Daten und spezifische Publikationen und spezifische Mareme Koinez, wenn das ist aufgekommen bei Beeren und mit wo es ist. Gut, ich danke euch allen, wir haben sehr gut. Musik Musik Musik